Herzlich willkommen zum Thema Elektronenkonfiguration. Wir wollen uns in diesem Video mal mit der Tatsache beschäftigen, dass jedes Elektron einzigartig ist. Diese Aussage steht im kompletten Widerspruch zum Burschen Atommodell. Hier wird nämlich der Eindruck vermittelt, dass alle Elektronen, die sich im selben Abstand um den Kern herum bewegen, also alle Elektronen, die auf derselben Schale sitzen, dass diese Elektronen gleichwertig sind. Das ist aber nicht so. Das Bursche Atommodell reicht für viele Betrachtungen aus. Es ist aber zum Beispiel nicht möglich, anhand des Burschen Atommodells irgendwelche Einfach-, Doppel- oder Dreifach-Bindungen zu erklären. Also kovalente Bindungen zum Beispiel. Gut, wir wollen uns hier also mal anschauen, wie wir diese Elektronen oder wie wir dieses Modell jetzt ganz einfach noch ein bisschen verfeinern können. Und wir beginnen ganz einfach mal damit, indem wir auch wieder die Elektronen sozusagen auf eine Schale packen. Daran ändert sich erstmal nichts. Diese Schale, das darf man dann auch nicht zu genau nehmen, das entspricht im Grunde einfach einem Energieniveau. Also diese Elektronen, die haben erst einmal ein sogenanntes gleiches Hauptniveau. Es gibt da verschiedene Hauptniveaus und diese Hauptniveaus, die entsprechen im Grunde der Schale im Burschen Atommodell. Also das Hauptniveau entspricht im Grunde der Schale im Burschen Atommodell. Dieses Hauptniveau, das wird durch eine sogenannte Hauptquantenzahl beschrieben. Diese Hauptquantenzahl, die heißt n und die kann verschiedene Werte annehmen. n kann ganzzahlige Werte annehmen und das geht los bei 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und diese Werte 1, 2, 3, die entsprechen im Grunde einfach der Periode. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com